In drei Tagen habe ich Geburtstag. Yes! Schatz, ich bin einkaufen. Sei brav! Ja, ja. Vielleicht finde ich ein paar Geburtstagsgeschenke. Luke Weber. Adoptiert 2007. An Familie Schneider. Unterschrieben Simone Schneider und Franz Schneider. Übergeben von Ingrid Weber. Liebe Frau Schneider, ich hoffe, dass Sie sich gut um mein Kleines kümmern werden. Sie haben das Lieblingskuscheltier und die Kuscheldecke erhalten. Ich bin mir sicher, Sie werden eine gute Mutter sein. Ihre Ingrid Weber. Ich bin wieder froh. Schatz, ich bin vom Einkaufen zurück. Der Einkaufsland war leider zu. Du siehst so traurig aus. Ist alles gut bei dir? Ja, ja. Alles klar. Luke! 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 So, jetzt wisst ihr alles. Ach du heilige Kanone! Hm, dann mach doch einen Hungerstreik. Willst du nicht auch was essen? Du hast seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Ich hab keine mehr. Oh, der schwänzt einfach die Schule und schreibe schlechte Noten. Meine Lieben, dir Ernst der Stunde. Eure Tests. Ich war ganz froh. Hat mir Spaß gemacht, bei ganz vielen die Arbeiten zu korrigieren. Was? Luke! Was war los? Für dich nicht gut gelaufen. Schon wieder. Woher liegt's? Ich mach mir echt Sorgen langsam. Hau doch einfach ab von zu Hause. Luke, ich hab nen Vorschlag. Willst du dich nachher mit Paul treffen? Mit Sicherheit. Dann packst du mal deine Sachen. Böhm. Ohhh! Ohhhh! Ohhh! Whoa! Ohhhh! richtig schön schön. Oh! Ohhhhh! Mach! Rede doch einfach mit deinen Eltern. Redest du jetzt überhaupt nicht mehr mit uns? Ich muss tatsächlich mal mit euch reden. Ihr seid nicht meine echten Eltern. Ja klar, du bist unser Sohn. Und ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Wie kommst du eigentlich da drauf? Ich hab die Unterlagen gefunden. Ja klar, du bist unser Sohn. 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 Ja klar, du bist unser Sohn.